Hallo und willkommen zurück zu Ballos geht in Hans Edition. Beim letzten Mal haben wir uns dann doch gegen Ende der Folge endlich mal dazu entschieden, hier Dolaxtom zu besuchen. Und bevor ich jetzt weitermache, weitergehe oder sonst irgendwas, werde ich... Ich hab hier noch ein Hellsehen. Werde ich das Hellsehen nutzen? Ich hab hier extra nicht mehr Hellsehen gelernt, glaube ich. Und jetzt sehen wir erstmal den Dolaxtom an sich als Karte. Das ist Dolaxtom. Ist das überhaupt Dolaxtom? Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, Dolaxtom, weil eigentlich ist der Name irreführend. Denn das sind, glaube ich, drei oder vier Etagen. Aber der Turm besteht aus wesentlich mehr. Das ist wirklich nur ein Bruchstück von dem, was uns eigentlich erwartet. Hier ist der Außenbereich, den werden wir jetzt erstmal absuchen. Und in dieser Folge werden wir wahrscheinlich ein bisschen von den oberen Etagen absuchen können. Schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Und ansonsten, die eigentliche interessante Sache ist hier unten drunter die Kellergewölbe. Das haben wir ja irgendwo schon gehört von verschiedenen Leuten, dass hier unten drunter wesentlich mehr noch zu erwarten ist. Und das ist das eigentlich Interessante. Das wird mich da wahrscheinlich mehr als eine Folge kosten. So, bevor wir dort reingehen. Wir haben gemerkt, es fehlt, glaube ich, nur noch einer, der leveln sollte. Ne, XP-mäßig brauchen wir gar nicht mehr schauen, jetzt großartig. Was ich aber machen will, ist erstens übernachten und dafür Zauberlernen. Und zweitens, was ich schon lange mal machen wollte, bei ihr den Gürtel ablegen, weil der ist ja verflucht, wodurch er Intelligenz auf 6 setzt, aber Stärke auf 19. Stärke haben wir aber auf 19 erhöht, das heißt, er braucht den Gürtel nicht mehr. Äh, sie. Ja. Deswegen müssen wir Fluch brechen, da werden wir die beiden Gegenstände kurzzeitig los. Und dann werde ich den nun wieder anlegen. Zum Fluch brechen müssten wir eigentlich zum Priester. Oder sie lernen Fluch brechen. Ist das das hier? Ne, Erlebung aufheben. Fluch brechen, das hier. So. Das heißt, ich werde... Auf was werde ich jetzt verzichten? Das hier. Fluch brechen lernen. Sobald wir das nächste Mal übernachten, muss ich daran denken, den Zauberlernen wieder rauszunehmen und dafür einen anderen reinzunehmen. So, und dann wollte ich jetzt sowieso schauen... Müsstest du nicht auch noch leveln, bevor du... Nein, du kannst keine Level 5 Zauberlernen. Das ist doof. Ein Druide hätte das, glaube ich, gekonnt. Bin mir aber unsicher. Die ist bezüglich. Ich werde die Zauber beibehalten. Ich werde hier das behalten. Aber dann, sobald ich den Fluch gebrochen habe, werde ich hier noch was anderes lernen. Vermutlich Magi-Ban, weil hier lohnt es sich dann doch vielleicht schon öfter. Ich werde hier... Stille, Person festhalten. Treffen wir hier auch viele Personen? Das ist die Frage. Ich weiß das nicht mehr. Ein paar Personen sind auf jeden Fall vor allem in den Oberen hingeschossen. Von daher lohnt sich das schon. Gesang würde ich vielleicht raus... Ich vermute, hier werde ich öfter Gift... Giftstoppen-Dingens brauchen. Aber wir haben da noch Gegengift-Zeugs. Das müsste auch gehen. Und hier werde ich einen Heil-Zauber rausnehmen. Auch wenn wir eigentlich wahrscheinlich sehr viel Heil zu überbräuchten. Und werde dafür einen Segen nehmen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Allerdings, äh... Ab Stufe 6 bringt das nichts mehr. Aber das ist eigentlich ein richtig guter Zauber. Weil das, was Lehm sonst immer verursacht, wo man dann automatisch jeden Schlag trifft, ist das hier ja auch. Nur, dass denen kein Rettungswurf zur Verfügung steht. Ach so. Ach so. Höhere steht ein Rettungswurf. Ach so. Niedrige steht kein Rettungswurf und Höhere steht ein Rettungswurf zu. Das heißt, so schlecht ist der Zauberer doch nicht. Weil in dem Moment kann man den Gegner treffen. Egal, was für hohe Rüstungsklasse er hat. Da trifft man ihn grundsätzlich. Und wenn man ihn dann vergiftet oder sowas, mit irgendwelchen Waffen, zum Beispiel mit den beißenden Pfeilen, dann ist er natürlich am... Ja, ich sag's nicht. So. Von daher ist der schon nicht schlecht. Nur... Es ist nur eine Runde. Und... Es kostet mich ein Heilzauber normal. Ich meine, ich hab mir ein paar Heiltränke mitgenommen. Ich werd's machen. Ich werd's mal mitnehmen. Vielleicht können wir es wirklich mal gebrauchen. Du hast Zauber, genau. Du hast keine, ist klar. Ihr habt auch keine, ne? Nein. Gut, du hast Zauber. Warte mal. Hast du eigentlich schon die fünfte Waffenfertigkeit? Nein, vier. Wenn ich dann Ballus G2 irgendwann mal anfange, wird ja dann sicherlich bald der fünfte Waffenpunkt kommen. Und dann wird sie umgeschult auf Dieb und wird erstmal gar nichts können, was am Anfang von Ballus G2 extrem gefährlich ist. Das heißt, ich sollte mir genau aussuchen, wo ich Kämpfe bestreite und wo nicht. Und was für Leute ich mithabe. Ich sollte dann erstmal einen anderen Tank mitnehmen. Zumal sie dann nicht mehr als Tank fungiert, sondern eher als das, was er jetzt gerade ist. Muss ich also noch schauen, wie ich das dann umsetze. Ich wollte jetzt Zauber lernen, habe ich gesagt. Nicht mich ablenken lassen. Identifizieren werden wir unbedingt brauchen, weil hier gibt's wieder viele Sachen, die zu identifizieren sind. Ich würde sogar sagen, ich nehm noch ein paar mal mehr Identifizieren mit. Das werd ich rausnehmen. Dafür haben wir jetzt die Tränke, falls wir auf solche Viecher treffen. Du würdest ja wahrscheinlich als erstes auf diese Viecher treffen und du hast die Tränke ja in deiner Tränketasche. Schlaf wird uns auch nicht mehr viel bringen, aber wenn ihr beide, wenn insgesamt einer von euch beiden einmal diesen Zauber mitnimmt, ist das natürlich nicht verkehrt, würde ich sagen. Obwohl wir haben einen Schlafstab. Ne, dann nehm ich ihn nicht mit. Gut, ich würde sagen, fünfmal identifizieren, dreimal magische Geschosse, die jetzt fünf Kugeln feuern. Das heißt, das ist schon sehr gut, auch für magieresistente Wesen, die, sagen wir mal, 50% magieresistenz haben. Dann kommen zwei oder drei Kugeln an. Das heißt, ihr kriegt zwei oder dreimal Schaden. Und das ist, wie gesagt, zum Betäuben wichtig. Das nehme ich extrem gerne. Das machen nicht viele. Ich benutze das aber gerne, weil man eben damit Leute, wie Krieger oder so, die nicht so einen hohen Rettungswürfe haben, teilweise dadurch betäuben kann. Und dann Krieger, die man sonst nicht treffen würde, extrem gut trifft. Natürlich ist magieresistenz dagegen auch hilfreich. So, ich werde jetzt mal versuchen, parallel die Level 1 Zauber erst mal zu lernen. Hier ähnlich. Magische Geschosse, Kugeln, ist klar. Leben absaugen. Werde ich noch ein zweites Mal reinnehmen. Es ist einfach mal ein leichter Heilzauber für dich. Und das rausnehmen. Ach, nimm was dreimal rein. Dann ist es auch nicht so schlimm. Es ist auch ein Schadenszauber so gesehen. Es ist zwar nicht viel Schaden, aber er heilt dich eben auch um 1 bis 4 Schadenspunkte. Es ist ein günstiger Magierheilzauber so gesehen. So wie er ja diese Hände auflegen für sich selbst hat, was normalerweise ja für alle ist, dass er irgendjemanden auflegen kann. Aber er kann nur sich selbst auflegen. Das ist ein bisschen schade. So, deine Level 2 Zauber. Wir müssten vielleicht mal schauen, was wir noch lernen können. Das wäre vielleicht noch interessant. Du kannst den nicht lernen. Das heißt, du lernst erst mal den. Sehr gut. Das heißt, der ist abgeschlossen. Phantomtor ist Level 5. Sehr gut. Ortlos zaubern kannst du schon. Ich hole mal alle, die ich mir extra aufgehoben habe, raus. Für diesen Zweck. Chaos kann ich rausholen. Sonnenfeuer. Gefühl ist ein sehr schöner Level 4 Zauber. Ich glaube, den hatte ich schon bei ihr gelernt und sie kann ihn nicht lernen. Okay. Flammenfeil. Findbarkeit bringt nicht viel. Das kommen wir jetzt in die Gegend, wo wir schon haben oder nicht viel bringt. Vampirgriff muss ich schauen, ob ich den schon hatte. Und Schädelfalle ist zu gefährlich für unsere eigenen Leute. Genau. Weil ausreichender Entfernung der Gruppe. Ja. Ich werde ihn erst mal mit rausnehmen. So. Den haben wir. Hier ist noch eine Todeswolke. Todeswolke werde ich wahrscheinlich auch lernen und einfach mal reincasten. Ab und zu. Weil wir ja Level 5 Zauber können und dann wäre Verschwendung, wenn wir die nicht aussprechen würden. Spiegelbild. Nimmst du. Das nimmst du. Kannst du lernen? Ja. Bevor ich lerne, sollte ich vielleicht erst mal aber ich finde hier drin auch noch Zauber erst mal die Intelligenz erhöhen, oder? Ich könnte schauen, welche waren das? Der war das? Und nur der. Ja, okay. Vielleicht finden wir davon noch welche. Um 4 Punkte erhöht die Intelligenz. Dann seid ihr auf 21 und dann auf 25. Die Frage ist, wie viel Zauber muss jeder lernen? Den braucht man nicht lernen. Okay. Das heißt, der kann erst mal wieder hier rein. Die beiden kannst du schon, oder? Ja. Das heißt, die beiden können auch wieder rein. Wie sieht's mit dem aus? Den lernst du noch jetzt? Und die lernst du noch. Genau. Und das werden wir einfach mal rumspammen. So wie wir können. Jede Menge Kugeln. Auch nicht schlecht. Heben wir uns erst mal kurz auf. So, das heißt, du hast 6 Zauber zu lernen. Wobei, ich muss schauen, das ist Level 5, das ist Level 5, das ist Level 5. Wer kann wie viele Level 5 Zauber lernen? Du hast das Chaos gelernt. Das ist Level 4, das ist Level 2. Level 3, Level 3, Level 4. Steinhaut will ich einem von euch beiden beibringen. Wahrscheinlich eher dir, weil du allgemein noch mehr HP hast. Dann kannst du mit den brennenden Händen noch mehr rumballern. Das heißt, ich werde hier doch nochmal brennende Hände lernen. Genau, weil damit kriegst du 1, 2, 3 plus 18 Schadenspunkte aktuell hin. So. Haben wir denn Feuerschild oder Eisschild bei irgendjemandem gelernt? Du hast, oh cool. Das ist dann nämlich echt eine coole Kombination. Steinhaut und Feuerschild oder Eisschild. Und dann natürlich brennende Hände und am besten noch Sonnenfeuer. Also die Kombination solltest du auf jeden Fall lernen. So. Level 3 Zauber. Level 3 Zauber. Habt ihr beide ähnlich viele, wobei du anstelle des Feuerballs Blitzschlag hast. Und du hast anstelle von Hellsehen dieses Tal. Illusion entdecken. Und hier ist Zauberstoß. Moment, da ist noch ein Unterschied. Person festhalten und dafür hier Magie zerstören. Hier ist Zauberstoß und hier ist Verlangsamen. Okay. Also Verlangsamen kannst du schon, das heißt, das musst du lernen. Den Totenschädel kann keiner von euch beiden, richtig? Ja. Du hast den Feuerball, dann lernst du den Totenschädel, denke ich mal. Ja. Lern mal den Totenschädel. Hat der Totenschädel irgendeinen levelabhängigen Schaden? Ja. Genau. Also wenn dann nämlich mal zufällig der Schaden erhöht wird durch dein Level, ist das natürlich vorteilhaft. Level 4 Zauber. Gefühl kannst nur du lernen. Beziehungsweise hatte sie schon, weiß ich nicht. Du lernst die Todeswolke, mach die. 1 für 10 Schadenspunkte, ist klar. Wer von euch beiden lernt die Giftwolke? Du hast Chaos. Giftwolke und Phantomtor. Wenn du jemals in den Nahkampf kommen solltest, wäre das eine gute Möglichkeit, wieder rauszukommen. Was heißt, du wirst den lernen und die Todeswolke wird sie lernen? Obwohl das levelunabhängig wäre. Der Schaden. Chaos und Todeswolke für dich. Du hast aber keinen anderen Level 5 Zauber, ne? Wie viel könnt ihr aussprechen? Zwei jeweils. Chaos kannst du gar nicht aussprechen. Das heißt, du lernst Todeswolke, weil Chaos haben wir noch so jede Menge. Genau. So, fangen wir mal an. Trinken. 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 So. Und jetzt lernt ihr mal alle schön Zauber. Äh, solltest du? Ne, du solltest die Todeswolke lernen, genau. Moment, da können wir gleich rüberpacken. Jeder von euch hat vier Zauber. Sehr gut. 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 Und sehr gut. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wurden die Anzahl der Zauber, die man aussprechen kann, durch die Intelligenz beeinflussten? Nein, scheinbar nicht. Weil wenn dem so wäre, wäre es gefährlich, jetzt die reinzuschreiben, weil sobald ich dann nicht mehr die Intelligenz habe, verliere ich die Zauber ja wieder. Das ist das Gefährliche gerade. So, du lernst Todeswolke und Chaos, ja. Und was ich jetzt unbedingt noch lernen will, das ist doch hier noch das Chaos-Schild. Ich würde aber fast mal versuchen wollen, Chaos so auszusprechen. Und zwar kann ich ja so einen Zauber meiner Auswahl irgendwo aus dem ganzen Zauberbuch, wie es mir gerade passt, auswählen. Werde aber auf jeden Fall einen Hassadeurswurf durchführen. Das heißt, mit wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent Wahrscheinlichkeit kommt der Zauber gar nicht durch. Mit 10 Prozent Wahrscheinlichkeit kommt der Zauber wesentlich effektiver durch, als er soll. Und mit 20 Prozent Wahrscheinlichkeit kommt der Zauber falsch durch, wie ich es nicht will eigentlich. So, und in dem Moment, wo er nicht durchkommt, kann aber auch sehr viel Gutes passieren, aber auch sehr viel Böses. Und umso niedriger ihr Level ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so gut ist, was da passiert. Naja. Und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, die vom Level auch immer weiter steigt, kann man auch einfach den Zauber ganz normal aussprechen, ohne dass was Schlimmes passiert. Gut, jetzt lernen, jetzt machen wir rastlichen Zauber auffüllen. Also ich wollte jetzt bei dir so eine Strategie machen. Sonnenfeuer und Phantomtort zum Rauskommen. Unbedingt Steinhaut das Schild. Steinhaut ist sogar so gut, dass ich es fast nochmal lernen wollen würde. Das wäre aber schade um den Zauber. Hm. Mako. Dann hast du Vampirgriff. Genau. Damit hilfst du dir auch im Nahkampf. Ich baue mir gerade einen Nahkampfzauber zusammen, den ich wahrscheinlich nie nutzen werde als Nahkampf Kampfmittel. Du hast auch voll langsam. Das heißt, da ist nur irgendein anderer Unterschied, den ich jetzt nicht sehe. Auf Anhieb. Personen festhalten und Schädel. Egal. Ja, wir müssen jetzt nicht alles auf Nahkampf auslegen. Ein bisschen sollst du im Fernkampf ja auch noch können. Ich werde den Feuerball mal abwählen. Wir haben Feuerball als Schriftrolle, falls wir ihn brauchen. Magie Bann behalte ich drinnen. Wobei ich bei dir wahrscheinlich eher den hier nehmen würde, der nur auf Gegner wirkt. Das kann ich für Nahkampf nehmen. Ja, das müsste alles gehen jetzt. So, Level 2. Wortloses Zaubern werde ich wahrscheinlich eher bei dir machen. Obwohl, wenn du im Nahkampf drinnen mal gefangen sein solltest mit deinen ganzen Spells drauf und dann eine Stille gezaubert wird, dann ist es besser, wenn du das kannst. Furcht benutze ich nur den Furcht-Stab-Bändern. Das heißt, Spiegelbild auf jeden Fall. Wenn ich schon in Nahkampf gezwungen werden sollte, irgendwann mal, dann du könntest Unsichtbarkeit entdecken machen. Und Spiegelbild, Unsichtbarkeit, Unsichtbares entdecken, Flammenpfeil und das. Ja, das müsste gehen, das müsste gehen. Oder soll ich still? Ich mach mal stilles, stummes Zauber an Dingen ist da. So, und hier, wie gesagt, zweimal Flammen der Hände und hier kannst du dich kurz mal hochleatschen, aber es geht eben nur einen Zauber pro Runde auszusprechen, also alle sechs Sekunden. Außer man hat höhere Initiative durch irgendeinen Ausrüstungsgegenstand. So, dann haben wir dich jetzt fertig. Du bist darauf gewappnet, auch mal im Nahkampf zu stehen. Du hast 50 HP, das ist richtig gut für einen Magier. Und deswegen würde das sogar für dich gehen. Du hast extrem wenig HP, deswegen muss ich auf dich mehr aufpassen, deswegen will ich dich gar nicht irgendwo im Nahkampf sehen. Und das ist eigentlich ganz gewagte, nicht umsonst eine Halsgewagte, extra Reihe, ganz gewagter Zauber so gesehen, weil wenn da irgendwas passiert, sie gecastet zum Beispiel magisches Geschoss und jetzt kommt als Auswürfelung, es wird auf alle Ziele im Sichtbereich gecastet, dann castet das auch auf sich selbst meistens. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube. Und 5 solche Kugeln, die 1 bis 4 Schaden machen, auf sich selbst gecastet, ist das gefährlich, ne? Unsichtbarkeiten würde ich auf jeden Fall mal ab und zu nutzen. Du hast noch unsichtbar jetzt Tränke, oder? Die helfen dir auch. So, du bleibst im Fernkampf und du kannst auf Furcht Bann und ich würde für dich auch noch ein Spiegelbild lernen, einfach um sicher zu sein. Stufe 3, Fernkampf, Monster bei Rufen, wichtig, Magie Bann kannst du behalten und zweimal das. Du wirst nicht in Nahkampf kommen, um Vampirgriff anzuwenden und wenn doch, dann habe ich mich schlecht verhalten, dass du einen Vampirgriff anwenden müsstest, wobei natürlich eine gute Heilung so gesehen ist. Untote festhalten würde vielleicht hier auch was bringen. Ist das auf Entfernung gecastet? Reichweite lang, okay, wird auf Entfernung gecastet. Vielleicht könnte ich sagen, hattest du Magie Bann gelernt? Nein, du hast Unsichtbarkeit entdecken gelernt. So, dann nehme ich das bei dir raus und mache Untote festhalten. Kannst du das eigentlich auch? Nee. Hast du nicht irgendwie Untote kontrolliert oder so? Müllzauber? Du kannst Untote ja beschwören. Ich dachte, da gab es noch irgendwas mit Untote kontrollieren. Wahrscheinlich kommt das höhere Stufe. So, das sind die Stufe 3 Zauber. Genau. Hast du Monster beirufen, Warnung Mann, Stark Aspel mit Schaden und Untote festhalten. Das ist so wie Personen festhalten nur auf Untote bezogen. Du hast, keiner von euch kann Personen festhalten gerade aussprechen. Das ist doof. Aber du kannst das ja jede Menge. Ja, du kannst es ja dreimal. Von daher ist es nicht so wilde. So, Stufe 4. Ich will auf jeden Fall diesen Zauber zweimal drin haben in der Liste. Den werde ich erstmal rausnehmen. So, und dann Monster beschwören 2. Das habe ich dann gar nicht mehr drin, wenn ich es jetzt rausnehme. Das hier macht aber sehr gute Kombination mit dem. Weil das ist 5 Meter Radius, alle Rettungstaufe senken und dann das Ding drauf casten, wo sie einen Rettungswurf dagegen machen müssen oder rumliegen. Für 2 Runden pro Stufe, eine Runde pro Stufe. Das heißt, die Kombination ist schon sehr gut, aber wenn ich es einmal gecastet habe, musste ich dann nochmal übernachten. Das ist das Problem. Ich spiele aber gerne mit Monstern rum, die dann rumstehen und für mich tanken, so gesehen. Lassen wir es erstmal so. Und hier haben wir das, genau. So, haben wir jetzt alles. Ich will nochmal ganz kurz schauen. Du hattest Unsichtbarkeitstränke. 7 Stücke. Du solltest wirklich mal ein bisschen damit rumrennen und ein bisschen Kundschaften sozusagen. Weil bestimmte Gegner triggert das auch, dass die ihre Zeug vercasten, um Unsichtbares zu entdecken. Oh, ich habe echt Platzmangel, glaube ich. Das wird dann noch ein Problem werden. Gib mal die beiden Sachen rüber. Das wird nochmal echt ein Problem werden. Kurzschwert der Heimtücke. Vielleicht solltest du anstatt dem Weierkats Sashi Katana Krumsirbeschleuder Einhänderkampfstier. Naja, gut. Du kannst es nicht nutzen sinnvoll. Das heißt, es bringt dir nicht so viel. Das ist aber nur ein Plus Eins. Naja, egal. Egal, lass mal so. Wir speichern. Und jetzt übernachten wir einfach. Obwohl ihr von allen verfolgt werdet, habt ihr in dieser Nacht etwas Ruhe gefunden. Doch selbst im Traum werdet ihr von jemandem gejagt. Heute Nacht seid ihr das Monster, für das euch jeder hält. Der Kobold, der wie eine Ratte verachtet wird. Der Oger, der unschuldige Kinder um ihren Schlaf bringt. Der aufgebrachte Mob ist mit seinen Fackeln hinter euch her und zählt euch zu den wilden Tieren, die ihr einst selbst gejagt habt. Zumindest will euch jemand das Glauben machen. Und wieder hörte die Stimme. Eine Stimme, die ihre Herkunft jetzt nicht mehr verbirgt. Sie spricht vom Schicksal und von der Natur und vom Bösen, das einem im Blut liegt. Sie sagt, dass ihr euch niemals vom Mob befreien könnt, das euch wegen eurer Herkunft verfolgt. Mord und Tod fließt durch eure Adern und wenn ihr diese Tatsache akzeptiert, wird euch angeblich große Macht zuteil. Ihr könnt die Essenz Baals in euch nicht einfach ignorieren. Doch ihr habt dies nicht ignoriert. Ihr wisst, dass ihr seit jeher versucht habt, das Blut in euren Adern zu bekämpfen, Dolch und Kralle einen Sieg abzuringen und letztendlich habt ihr triumphiert. Mit rechtschaffener Willenskraft habt ihr die bösen Kräfte in euch zum Guten gewendet. Was auch immer der Ursprung eures Daseins sein mag, ihr habt euer Wesen selbst geprägt. Mit leeren Drohungen, was die Stimme jedoch nicht weiss, versucht sie, Zweifel in euch zu sehen. Doch in eurem Gewissen können sie keine Wurzeln schlagen. Zu schwach, um euren beharrlichen Blick zu ertragen, verschwindet die Stimme langsam aus euren Gedanken. Eine Warnung entgeht euch jedoch nicht. Sie spricht von anderen, die zuhören werden, wo ihr eure Ohren verschlossen habt, die das aufnehmen werden, was ihr abgelehnt habt, und wieder anderen, die euch den Tod bringen werden. Diese Beschreibung trifft nur auf einen zu und ihr wisst mit Sicherheit, dass es sich nur um diesen Mann handeln kann. Er, der euren Untergang geplant und eure Gefährten getäuscht hat und der es verdient, dass ihr in seiner gerechten Strafe zuführt. Saravok. Er ist das Unheil, von dem die ganze Schwertküste befreit werden muss. Ihr erwacht mit der Gewissheit darüber, was zu tun ist und wer der Vollstrecker sein wird. Ihr selbst. Es interessiert mich ja fast, ob die Anspielung auf Rechtschaffenden nur auf meine Gruppe bezogen ist oder ob, wenn man den bösen Weg einschlägt und ständig mit einem Ruf von unter fünf oder so rumrennt, trotzdem hier steht, dass man sich dem Guten zugewendet hat, weil das würde ja ein bisschen sich widersprechen. So, ich habe gelernt, heilige Macht entlehnen. Wir haben Zauber gelernt, genau, und du bist immer noch nicht heil. Das ist doof. Egal. Ich kann jetzt zweimal alles casten. Sehr schön. Die Frage ist, kommt jetzt noch irgendeine Übernachtungsding ins? Weil ich ja Baal jetzt, äh, weil ich jetzt Saravok jagen will? Das ist die andere Frage. Sind jetzt alle sinnvoll ausgerüstet für unseren Trip ins Wonderland? Ich vermute ja. Hatte noch irgendjemand Heiltränke rumliegen? Oder sind die alle jetzt, nee, hier sind welche. Du hast sicherlich auch noch welche, richtig? Ja. Ich werde erstmal kurz so machen. Alle Heiltränke rausholen und ein bisschen verteilen, weil ich Angst habe, dass Triss irgendwann mal nicht bei der Gruppe ist und in dem Moment natürlich Probleme aufkommen. Was die Heiltrank Verteilung angeht. Du bist die, die am dringendsten schnell mal einen Heiltrank braucht. Würde ich sagen. Was ist das jetzt eigentlich? Schutzformel gegen Kälte? Ach, Rinder mit in die Schriftrollbehälter. Warum bist du da so gelangweilt in dem Inventar? Egal. Wir haben hier zwei Schlüsselsteine und eine Schlüsselsteinfälschung. Mhm. Das heißt, das Ding könnte eigentlich weg und die beiden könnte man noch irgendwo für nutzen. Irgendwo, dass eine Tür öffnet oder so irgendwas. Was ich da mit dem gegensten jetzt Gerülle mache, Version auch nicht. Egal. Das Logbuch kann man für 5000 verkaufen. Will ich das? Ja, und das, die beiden Heilsachen nimmst du. Ich wollte Fluch bannen. Nicht vergessen, Fluch bannen. Wer konnte das? Du. Wie lautet Ihr Befehl? Fluchbrechen auf sie. So, beide Sachen wurden abgelegt. Genau. Das Ding legst du aber wieder an. Weil einfach mal das bisschen weniger Konstitution und dafür die 16 HP weniger sind nicht so schlimm und die schlechteren Tretungswürfe gegen Tod sind nicht so schlimm wie die ganzen Sachen, die ich plus kriege dadurch. Deswegen lege ich das Ding wieder an. So. Den Gürtel gebe ich allerdings weiter. Und zwar hast du eine Stärke von 14. was sehr unschön ist im Moment, wo man Oh, kannst du sogar identifizieren, sehr schön. Minus 4 gegen Wuchtwaffen. Gab es nicht noch irgendwo so einen Gürtel der Minus 3 gegen Klingenwaffen? Wogegen wird Triss R kämpfen? Wucht- oder Klingenwaffen? Steine und Verwandlung nicht unbedingt. Nochmal Wuchtwaffen. Hier habe ich Wuchtwaffen wegen den Untoten, weil die, obwohl es gibt viele Untote, die mit Schwertern dann später mal rumrennen. Ich bin unsicher. Du könntest den Gürtel nehmen. Du bist ja intelligent, zwar auf 6 runter, aber was hast du dadurch für Nachteile? Das wäre jetzt meine Frage. Du hast keine Zauber, die du lernen musst. Du verlierst dadurch jetzt nicht irgendwelche Diebesfähigkeiten, wenn ich mir recht entsinne. Dafür hast du aber eben Stärke wesentlich besser. Vielleicht die Rettungswürfe, die dann besser sind, die dann schlechter sind. Da mal gucken. So, aber die Stärke bringt dir ja hoffentlich so viel, dass du wesentlich mehr Schaden mit allen Waffen machst, hoffe ich. Ja, das ist alles in Ordnung. Gut, jetzt muss ich überlegen, gebe ich dir den Wuchtwaffengürtel, oder den Klingenwaffengürtel. In einem normalen Szenario würde ich dir den Klingenwaffengürtel geben, weil ganz einfach so Ritter und sowas alles immer an der Front stehen und sowas. Aber hier in diesem Turm würde ich dir sagen, ich gebe dir den Wuchtwaffengürtel, weil ich vermute, dass sowas eher auf mich lossporten wird. Ach, jetzt kannst du wegen der Intelligenz den nicht mehr benutzen. Kannst du den trotzdem noch? Weil du hast den ja noch. Ja, du kannst noch. Cool, voll verarscht. Das ist das Problem mit der Intelligenz. Ah, wie viel Intelligenz hast du jetzt eigentlich? Zehn, okay. Das heißt, du könntest jetzt eventuell sogar noch was benutzen, was du vorher nicht benutzen konntest. Alles nicht so wilde. Ich darf jetzt nicht vergessen, dass ich den Zauber wieder auswechseln wollte. Dafür wollte ich... Ich hab's schon wieder vergessen. Nicht den, das weiß ich. Entweder das hier, was ja einfach nur alle bösen Wesen Schaden macht in einem großen Kreis, was jetzt langsam gut Schaden macht durch die hohe Stufe. Also 8 mal... Also 8 bis 32 Schaden pro Person. Und... die anderen Zauber... Hm... Unsichtbares Entdecken im Bereich der frischen Luft wäre gut, wenn ich die Todesfolge gecastet habe und dann wieder durchzukommen. Dass ich nicht eine halbe Stunde warten muss, bis die weg ist. Chaos haben wir so von den Magiern. Aber das ist nur gegen ein Wesen. Das ist interessanter. Und... Ich werde das machen. Zweimal ist besser als nur einmal. Weil hier hat man, glaube ich... Hier... Hier hat man unsichtbares Entdecken, genau. Und du kannst dich selber unsichtbar machen. So, speichern. Und dann... So gut wie erledigt. Werden wir mal schauen. Äh, hier ist eine Sackgasse, ne? Ja, gut. Ich muss dran denken, hier draußen kommen schon Gegner. Ich habe gespeichert. Du hast das richtig ausgerüstet, ja. Habt ihr alle richtig? Ja, ja. Ja, sieht gut aus. Wenn ihr euch da sicher seid. Hier geht's rüber. Und wo geht's hier hin? Nirgends. Gut. Aber wenigstens mal aufdecken. Ich weiß, dass hier draußen irgendwo mindestens ein Gegner schon mal kommt. Aber ich glaube, es sind noch keine Fallen. Fallen sind ja im Turm dann das große Problem. So, und da ist der erste Gegner. Die hat man schon gesehen, als wir damals die Statuen... Gut, Schaden machen wir. Das ist sehr schön. Machst du mit deinen Pfeilen Schaden. Jetzt nur mal testen. Koran Schlachtenschreck ist immun gegen diese Art von Schaden. Nicht Waffen unwirksam, sondern der ist immun. Das heißt, es liegt an den Fernkampfwaffen, die nicht funktionieren. Nahkampfwaffen funktionieren. Äh, was machte das? Weiß ich nicht. Der hat einen Zauber fallen lassen. Ach, nur Level 2 Zauber. Schade. Ich dachte, es kommt ein Level 5 Zauber. Das wäre interessant, ne? Werden die jetzt Level 5 Zauber fallen lassen. So, du nimmst erst mal wieder das. Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt nur die Viecher kommen oder noch andere. Gut, dann machst du das. Ich hätte mich im Schatten verstecken sollen von hinten. Ich glaube, die sind immun gegen hinterhaltige Angriffe, oder? Ich weiß es nicht. Sehr schön. Es kann, glaube ich, auch passieren, dass die wieder aufstehen, oder? Bin mir nicht sicher. Schlachtenschreck könnte sein, dass das passiert. Wir können ja mal so machen. Speichern. Hätte ich vorher machen sollen, weil nachher vergesse ich, dass ich wieder neu klicken muss. Aber wenn es nicht so aussieht, Triss kann mal mitgehen. Wenn ihr euch da sicher seid, ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Du bleibst im Schatten versteckt. Wir haben es ja Nacht, da müsste ja Schatten genug sein. So, der Rest kann mal mitkommen. Nicht, dass hier irgendwas respawnt. Obwohl, die Viecher natürlich nicht schlecht wären zu respawnen, wenn ich XP bräuchte. Brauche ich aber nicht. Das ist übrigens jetzt das Ding, wenn man wirklich die Gruppe öfter mal ändert, um alle möglichen Zeitquests von den Gruppenmitgliedern mitzumachen, dann lohnt es sich natürlich hier, dass man auch mehr XP kriegt und noch weiter über das Maximum, was es hier eigentlich gibt, hinauskommt. Weil... Sind das normale Doppelgänge? Nein, ist das egal. Welchen greifst du jetzt an, den? Ey, nicht töten. Hinterhaltiger Angriff hat 28. Okay, misch es schon in Ordnung. Autsch. Lass mal hier Koran in Ruhe. Oh, hier kannst du mit Fernkampfwaffe angreifen. Stimmt ja. Gut. Weil eh der mir hier sinnlos durch die Gegend wegrennt... Boah, jetzt finden wir die teuersten Gegenstände, oder was? Ist ja Hammer. Ähm, kurz zum Schatten verstecken und hier lang gehen. Okay. Schwert anwählen. Und dadurch wirst du dich aus dem Schatten rauskommen, ist klar. Obwohl du noch im Schatten versteckt bist, interessant. Und es ist fehlgeschlagen. Wir kommen in den Turm rein. Mal wieder speichern. Ich weiß nicht, was mich hier drin jetzt erwartet. Also ich muss sagen, ich hab zwar hier schon mal zweimal durchgespielt, glaube ich. Den Turm zweimal, glaube ich. Aber um es richtig erinnern kann ich mich nicht, was hier wo war, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, hier spiele ich relativ blind. Was für ein Glück, eine Frau zu sein. Hi, Ike. Dich haben wir noch bezahlt, dass du uns hier führst, ne? Tretet ruhig näher. Es wird aber Zeit, dass ihr hier eintudelt. Länger warte ich nicht mehr. Die anderen sind bereits drin. Wenn ihr mir jetzt nicht folgt, seid ihr selber schuld. Denn Geld zurück gibt's nicht. Die Führung wird wegen euch nicht später anfangen. Also los geht's. Ja, ja, ist gut. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Wird jetzt hier noch was kommen? Ich glaube, hier war aber noch irgendwo was. Außenrum. So gut wie erledigt. Ich hab jetzt hier noch jeden, jeden noch. Auf der Mauer. Auf der Mauer. Auf der Lauer sitzt eine kleine Skelettwanze. Jetzt werdet ihr verreuen! Äh, interessant. Skelettwachen und Schicksal. Hallo? Okay. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Ähm, du greifst erst mal den an. Der ist wichtiger. Du gehst mal mit den angreifen. Und du gehst einfach nur hier hin. Verletzt. Sehr gut. Weil die anderen Untoten kann man recht gut bannen. Die müssten jetzt eigentlich schon größtenteils umfallen, weil sie ja doch schon ein gutes Level hat. Meine kleine Klerikerfreundin hier. Na gut. So viel zu dem Timmer. Braucht ihr etwas? Haha. Dich haben wir vertrieben. So. Hier geht's lang. Hier gibt's noch einen Untoten. Den ich töte mal so einfach. Genau. Also so ein paar Untote sind jetzt nicht das Problem. Und zur Not nehme ich einen Heiltrank. Wenn's doch ankommt. Hier geht's nicht weiter, oder wie? Na gut. Der haut immer noch ab vor mir. Interessant. Interessant. Geht's denn hier weiter? Nee. Hier hoch kommt man nur von drinnen her, glaube ich. Ja. Hier so muss man rauskommen. Damit man da hochkommt. Genau. Kommt man hier nicht weiter. So. Kommt man hier hoch? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Aber hier drüben kann man mal gucken. Chris müsste zuerst da sein. Hier gibt's einen Seiteneingang. Interessant. Wird wahrscheinlich eher ein Seitenausgang sein. Ach, du bist doch doof. Große Gefahr mitgebracht. Große Schönheit. Ja, ja. Töte einfach. Geht's gar nicht hoch, wa? Na gut. Dann tötest du so. Dann schon hast du weniger Rüstungsklasse, oder was? Und selbst machst du einen kritischen Fehlschlag, oder was? Und hier hoch. Ja, gut. Hier geht's hoch. Das war mir nicht bewusst. Muss ich bei dir doch mal einen Heiltrank hinterfeuern, aber ich hab ja noch genug. Hier gibt's was versteckt. Cool. Engelshautring. Hab ich da drüben geguckt, was er gedroppt hat? Ich glaub, ich hab das voll ignoriert, oder hab ich das aufgehoben? Was auch immer das war. Ich weiß es nicht. Was war denn da? Hat der was gedroppt? Nee, hier sieht man nix. So. Schöne Reihenfolge nach. Oh, da hinten ist noch einer. Gut. Da hinten ist noch einer. Interessant. So, da oben. Wenn wir da oben irgendwann mal ankommen, dann wissen wir, da gibt's was Verstecktes. So, und hier? Rumgehen. Nix los. Hä? Gegner? Da unten? Wieso ist da unten jetzt ein Doppelgänger? Äh, warum ist da unten jetzt ein höherer Doppelgänger? Bitte mal ein Stück zurück. So gut wie erledigt. Dann töte mal. Äh, Fall und Bogen. Ein höherer Doppelgänger. Was hat der hier zu suchen? Da frage ich mich gerade. Branden hat Fehlschlag gemacht. Mist. Gut, jetzt treffen wir langsam. Was machst du? Angreifen. Macht jetzt eigentlich, äh, Dingens, mehr Schaden durch Bogen. Das war ein kritischer Treffer. Hm, wahrscheinlich nicht. Also, wird da wirklich nur die Geschicklichkeit reinspielen. Aber wenn er mit Nahkampfwaffe Hinterhelddinger Angriff macht, da wird's wahrscheinlich schon reinspielen, wie viel Schaden er macht. So, jetzt haben wir ja rundherum ein bisschen aufgeräumt. Das war erstmal, was ich wollte. Seht, wie der Turm drohend vor uns aufragt, werden wir uns nähern. Noch nie zuvor und auch nie danach werdet ihr so etwas sehen. Ein Monument für den Triumph des Mannes und seine Narretai. Der Turm und das Labyrinth darunter wurden vor vielen Jahren von Zwergenheld Durlak Donneraxt erbaut. Er sollte das Heim für ihn sein Clan werden. Seine enormen Reichtümer sollen ganze Räume eingenommen haben. Angeblich hüfthoch gefüllt. Die Reichtümer, die er angesammelt hatte, sollten seinem Clan Rückhalt bieten. Doch letztendlich führten sie zu seinem Fall. Wenn ihr euch da sicher seid. Interesting, interesting, ne? Speichern. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, dass hier alles so abläuft, wie er es sich wünscht. Ich gehe jetzt nirgends hin, weil hier Fallen sind, das weiß ich. Also ich gehe jetzt nur hier so in die Ecke. So. Es soll was geben, wenn man jetzt, also jetzt kommt hier ein Event. Und es soll was geben, wenn man in diesem Event, was eigentlich fast nicht möglich ist, den Gegner besiegt. Sollte eigentlich nicht möglich sein. Nur durch irgendeine bestimmte Form von kritischen Treffer, die ihn dann instant tötet, über diese Immunität hinaus tötet, der da kommt. Aber das werden wir mal sehen. Tretet näher! Tretet ruhig näher! Die Geschichten dieses Überflusses machten ihren Weg über das Land und die unangenehmsten, äh, über das ganze Land, ne? Naja, hört sich doch komisch an. Äh, und die unangenehmsten Gestalten versuchten, den Turm zu erobern. Sämtliche Freunde und Verwandte von Dulak wurden durch Doppelgänger ersetzt und schließlich war er gezwungen, die Gestalten jener zu töten, denen er am nächsten stand und sich selbst zu retten. Wer unter euch könnte so etwas ertragen? Schließlich vertrieb er sie aus seinem jetzt düsteren Heim und schwor, dass so etwas niemals wieder geschehen dürfte. Mhm. Ich sollte mir dann irgendwas überlegen, dass ich ein bisschen Magieimmun oder so ein Scheiß bin. Egal. So gut wie er sich... Äh, Dulak brachte magische Schlösser an den Eingängen zu seinem innersten Refugium an. Um sie zu öffnen, bedürde ich meinen Schlüsselsteine. Zweifellos seid auch ihr schon von skrupellosen Händlern angesprochen worden, die echte Schlüsselsteine für den Turm verkaufen. In der Tat. Ich selbst habe mehrere davon. Doch das sind einfache Schmuckstücke für die Vitrine. Es gibt einige wenige echte Schlüsselsteine, doch die sind selten und teuer. Ja, wir haben zwei echte und einen falschen, haben wir gesehen. So, bevor ich jetzt nochmal mit ihm rede, werde ich erstmal mit den Leuten hier reden, die hier rumstehen. Ich hab besseres zu tun aus mich mit einem Trottel wie euch zu unter... Ich hab besseres zu tun aus mich mit einem Trottel wie euch zu unter... Skelett kann man nicht anquatschen, schade. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Jene, die durch die Schutzwelle hindurchkamen, sahen sich mit den Auswüchsen der Paranoia konfrontiert, die Dulak aufrasst. In seinem Wohnzimmer allein befinden sich einige der teuflischsten Todesfallen, die man sich vorstellen kann. An der Wand befand sich ein Bild, das, bevor es aus seinem Rahmen gerissen wurde, jene, die es ansahen, auf der Stelle für immer und ewig versteinerte. Seht euch nur diese unglücklichen Seelen an. Aus diesem Stuhl schoss, sobald sich jemand draufsetzte, ein gar fürchterlicher Stache in die unteren Regionen des Sitzenden. Stellt euch die grauen Vollüberraschung vor, die der Unvorsichtige erlebte. Dulak unternahm noch nie dagewesene Anstrengungen, um eine Eindringlinge fernzuhalten. Wir werden hier eine kleine Pause machen, bevor wir weitergehen. Liebe Leute, bitte zu eurer eigenen Sicherheit fasst nichts an. Nichts berühren und kein Geld zurück. Okay. Du machst da, glaube ich, keinen Fehler. Genau. Das arme Tier, äh, Viech, äh, keine Ahnung. Also, Mensch, es ist nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen tot. So. Ihr solltet in diesem Turm sehr vorsichtig sein, sonst endet ihr noch wie dieser unselige Terrorist und verbrennt bei lebendigem Leibe. Ich möchte gerne einen Moment mit euch reden, denn ihr seid anders. Ich sehe, dass ihr mit mir diesen überzogenen Unsinn, den ich den meisten Leuten erzähle, nicht abkauft. Der Blick in euren Augen besagt, ich glaube nicht an Gefahren. Ich weiß nicht, was Furcht bedeutet. Und ich werde dorthin gehen, wo kein vernünftiger Mensch hier hingehen würde. Ich glaube, ihr seid genau das, was ich brauche. Ich habe einen der Warnschlusssteine für die Verliese unten. Doch bin ich bei weitem nicht mehr der Nahe, der ich einmal war. Für löppische 300 Goldmünzen könnt ihr ihn haben. Unter der Voraussetzung, dass ihr ihn mir zurückgebt, wenn ihr keinen Erfolg habt. Genau. Wir nehmen ihn und wir werden es dem Verlies schon zeigen. Das sind gute Neuigkeiten für uns beide. Ich weiß nicht, wie weit man mit dem Schlüsselstein kommt, aber es sollte mindestens drei Stockwerke nach unten gehen. Viel Glück dann und vergesst unsere Abmachung nicht. Ihr geht besser und rüstet euch aus, während ich zu meiner Arbeit zurückkehre. Was im Namen der Götter ist das? Gut. Hallo, Dämonenritter. Der Tod heißt euch willkommen. Hallo, Sterbliche. Der Tod heißt euch willkommen. Hier ist nun mein Reich. Alle Fremden werden fallen oder fliehen. Die Führung ist beendet und der Turm geschlossen. Alle, die eintreten, werden umkommen. Alle, die eintreten, werden leiden. Das sage ich und ihr tut gut daran, nicht zuzuhören, richtig zuzuhören. Die Führung ist beendet. Ich will nicht zuhören. Ich werde dich töten. Triss, Fehlschlag. Schade. Triss, Magie, Widerstand. Du aber auch. Mist. Ihr seid sicher, richtig? Man soll ihn wohl töten können. Hier in dem Stadion. Allerdings bin ich mir unsicher. Ob das nun wirklich möglich ist. Also der hat alle Führten getötet und mich hat ein bisschen geschädigt. Aber das ist nicht so wilde. So, habe ich gerade mein Gold wieder aufgehoben? Ich hoffe. Oder ich glaube. Wir haben wieder einen Schlüsselstein oder einen Schlüsselsteinfeld schon gekriegt. Die ist so weit zu entfernt. Schauen wir mal nach. Schlüsselsteine will ich immer identifizieren. Gut, das ist wieder einer. Ist aber der gleiche wie der hier. Mist. Haben wir jetzt doppelt. Minno. Kann man den stapeln? Ne. Du bist Fälschung. Du gehst mal darüber. Obwohl, Blödsinn. Du gehst darüber. Das Zeug kann auch darüber. So. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Das war unsere erste Identifikation von denen, die wir gerade haben. Wir werden hier wahrscheinlich noch ein, zweimal übernachten müssen im Turm. Wir stellen uns jetzt alle hier auf. Und du gehst. Was machst du da? Du bist doch vorhin nicht. Zurück. Zurück. Dort, wo du langgegangen bist. Du gehst Fallen suchen. Erstmal von diesem Raum aus. Du hast 99%. Das heißt, du solltest auch relativ schnell finden und relativ gut entschärfen können. Sollte irgendwann mal eine Falle sein, die du nicht entschärfen kannst, dürfte sie nicht auslösen. Du bist noch am Leben. Cool. Aber dafür haben wir zur Not den Trank, der dann deinen fallenden Schärfenszeug erhöht. Ist keine Falle? Okay. Wenn da keine Falle ist, kann Triss mal kurz mit dem Touristen reden. Oh Gott, an was für einem höllischen Ort sind wir hier bloß gelandet? Francis wurde wie ein Spanferkel über dem Feuer gerüstet. Oh ja. Erzähl doch nichts. So, ich sollte auch keine Kisten oder so öffnen, ohne vorher nach Fallen zu suchen. Du siehst hier drin Fallen, ja. Hier hinten will ich noch nicht hingehen. Der direkte Zugang war ohne Fallen, haben wir festgestellt. Hier ist verschlossen und da könnte auch noch eine Falle sein. Du hast hier keine Falle gefunden. Geh mal ein Stück weiter. Da hinten ist auf jeden Fall Zeug. Vorsichtig. Hier scheint noch nichts zu sein. Gut. Auch nichts Verschlossenes. Das heißt, du gehst mal das Schloss knacken. Inzwischen gehst du mal hier reinschauen. Dolch. Oh Gott. Und jetzt nach Fallen suchen. Geht's hier nach oben? Wir wollen aber noch nicht nach oben. Du findest gerade keine Falle. Das heißt, du gehst erstmal hier. Vier Gold. Na klasse. Ich würde ja gerne noch einen zweiten haben, der Fallen suchen kann. Kannst du nicht? Du kannst Fallen suchen. Aber du bist nicht gut darin, oder? Fallen finden 20. Ach Gott. Dann stellst du dich mal hier rein. Einfach nur eine halbe Stunde hier reinstellen. Wenn da welche sind, dann wirst du die schon finden. Irgendwann in der Woche oder so. Ich habe Angst in der Beziehung hier. Ich glaube nicht dran, dass hier keine Fallen sind, muss ich ehrlich sagen. Du suchst noch nach Fallen, ja. Okay. Nächster. Schön vorsichtig. Du suchst mal da nach Fallen. Da du hier unterwegs keine gefunden hast, dürfte ich hier auch hingehen können. Und ich vermute, hier ist auch keine Falle. Richtig? Ja. So. Das heißt, das ist das Einzige. Und da war auch keine Falle. Das heißt, die Etage ist noch relativ sicher gewesen. Aber hier gibt es auch nicht viel. Weil das alles schon geplündert wurde. Man muss auch dran denken, das ist ja wirklich so, dass hier schon ziemlich viel geplündert wurde. Und deswegen nicht mehr viel zu holen ist. Wir können hier nach oben gehen. Wir können aber auch hier drüben nach oben gehen. Können wir überhaupt nach oben gehen? Ja, vermutlich. Und hier geht es nach unten. Genau. Ich würde sagen, wir gehen hier außen nach oben. Ganz einfach, weil ich Angst habe, in der Mitte einfach mitten zwischen Gegenden zu stehen. So, aber hier habe ich natürlich das Problem. Hier bin ich in so einem Randbereich, der von Fallen gezäumt sein könnte. Das heißt, du stellst dich mal hier hin und suchst Fallen. Du? Stellst dich mal hier hin und suchst nach Fallen. Dort wird eher was gefunden werden, weil hier, du hast nur 20%. Ich speichere mal. Braucht ihr jetzt? Ich bin dran, wie die Ästlichkeit am Ort. Große Schönheit. Den kriegst du. Sehr gut. 12 Schaden. Und noch ein Treffer. Schade. Treffer, habe ich gesagt. Nicht Fehlschlag. Nicht, nee, nee, nee. Oh Gott. Was ist zur Hölle? Also ihr habt auch Party hier unten, oder? Nee, das machst du jetzt nicht. Nee, 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 nee. Du greifst einfach an. Das macht doch hier immun gegen allen Mist, oder? Das wäre ich wunderbar. Obwohl, das könnte ich hier einsetzen, theoretisch. Ich habe jetzt nur das, was mich ähnlich immun macht. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Das macht immun gegen alles Mögliche, was betäuben, festhalten, Gedanken, Zeugs macht. Kann aber nur 10 Mal casten. Aber wo soll ich sonst einsetzen, wenn ich hier... So, gut. Du bist jetzt immun gegen so ein Mist. Was für ein Glück, eine Frau zu sein. So, du gehst hier an, dass der ja nicht... Du könntest ja mal jetzt schon nach Fallen suchen. Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Können zwischen den Gegnern stehen und nach Fallen suchen. Genau. Was? Und ich bin einfach rübergerannt? Cool. Ey, nicht mich töten. Große Gefahr mitgebracht. Große Schönheit. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Koran macht mehr Schaden, dadurch, dass er... Und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Und du kommst nicht durch. Ist in Ordnung. Ich bin dran, wie die Hässlichkeit auch. Hier geht's jetzt aber schon los, wie wir gesehen haben, mit Fallen. Hier muss ich jetzt vorsichtig sein. Mich vorsichtig fortbewegen. Genau. Ich wusste es. Vor allem, wenn ich meine ganze Gruppe losschicke, habe ich das Problem, die rennt da immer sonst wo lang. Wenn ihr euch da sicher seid? Ich brauche eigentlich gar keinen Schmuck oder so einsammeln. Fällt mir gerade auf. Weil ich brauche kein Geld mehr. Ich brauche keine XP mehr. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch was anderes brauche. Nur Gegenstände, die irgendwie magisch sind, die ich identifizieren könnte, wären sinnvoll, glaube ich. Was ist das hier eigentlich? Das ist nix. Okay. Hier ist nix mehr. So, es geht aber noch weiter nach oben. Und du suchst mal weiter nach Fallen. Musst aber aufpassen, dass hier überall Gegner sein könnten. Das heißt, du bewachst mal wieder ihn. Wenn ihr euch da sicher seid? Okay, Falle. Und düster Schrecken. So gut wie erledigt. Du gehst die Falle entschärfen und dann weitersuchen. Das Grünstein-Amulett wirkt nicht mehr. Also sehr lange wirkt es nicht. Stellen wir dadurch fest. Wenn ihr euch da sicher seid? Was ist ihr Gebot? Du hättest jetzt langsam wirklich hier eine Falle gefunden, oder? Vermutlich. Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Speichern. Schön, Strategie. Ich will schon vor... Vorsichtig fortbewegen. Genau das meine ich. Was ist hier? Das ist immer so eine komischen... Hier geht's weiter. Wo komme ich denn da raus? Da komme ich raus, oder? Uiuiui. Da will ich noch nicht raus. Das ist mir zu heikel. Du wirst erst mal hier weitersuchen. Triss, komm mal mit in die Nähe. Ich bin dran, wie die Hässlichkeit am Ort. Haben wir jetzt die Kiste schon durchsucht? Nee. Große Gefahr mitgebracht. Große Schönheit. Also hier sind tatsächlich noch Fallen. Interessant. Also, Kisten, wo was drin sein könnte, meine ich. Sind hier Fallen. Du suchst noch her. Du entschärfst gleich die an der Kiste. Was will ich hier nachschauen? Du hast 99 Prozent. Du solltest eigentlich auf große Distanz und sehr oft gut Fallen finden. Hier geht's auch nach oben. Hier gibt's wieder einen zweiten Weg nach oben. Gut zu wissen. Fallen. Wenn nicht, dann gehst du mal ganz kurz hier hin. Okay, das ist nur Schmuck. So. Hier hinten war keine Falle. Das heißt, du kannst erst mal hier reinlaufen. Falls hier Gegner sind. Sind keine Gegner? Das heißt, du entschärfst bitte diese Falle. Große Gefahr mitgebracht. Guck mal, ist das verschlossen? Ja. Jetzt gehst du hier nach Fallen suchen. Und hier hatten wir jetzt auch noch nicht geguckt, ob da ein Schloss drin war. Ah, ein Unsichtbarkeitstrang. Sehr schön. Du hast hier die Falle gefunden. Sehr schön. Schloss. Sehr schön. Schloss. Du plünderst das Ding. Und dann plünderst du das Ding. Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Dann müsste man alles auf der Etage haben. Die können sich eher rechnen. Was für ein Glück, eine Frau zu sein. Genau. So, kurz aufreiten. So. Den kriegst du. Die kommen hier rein. So, haben wir die Etage fertig. Wobei, hier gibt es noch einen Ausgang. Und dann gibt es wieder zwei Wege nach oben. Was ist damit? Da scheint nichts zu interagieren sein. Und weil das geht zwei, weiß ich nämlich einen Ofen. So gut hier nicht. Muss man ihn denn, äh, äh, interagieren. Bloß gut, ich habe alle Fallen entschärft. Der Koran rennt gerade wieder quer, ne, Priss rennt gerade wieder quer durch die Kante. Und ihr bitte jetzt auch. Ich weiß. So gut ich kann. Wegsuch, Aktualisierungen sind zu häufig. Speichern, weil ich glaube hier draußen, genau, diesen Gegner zu kennen. Wir haben Trank der Spiegel-Augen. Da. So. Ach, wen macht das hier hin? Ist nur ein normaler, ne? Ja. Gut, und ihr helft mal kurz mit. Damit der schneller tot geht. Aber ich glaube, das war nicht der Einzige in dieser Etage. Speichern. Geht nicht während des Kampfes. Habe ich jetzt doppelt gespeichert? Ja. Alles klar, das ist ein bisschen leckt. Doppelgänger, keine Basilisken. Die anderen sind hier oben vermutlich. Das heißt, ich müsste schnell da ganz hoch. Wie geht's hier hin? Nirgends. Hier geht's gar nicht weiter. Hier kommt man gar nicht vorbei. Okay. Wie kommt man schnell da ganz hoch? Weil ich möchte nicht den Trank verschwenden, so gesehen. Geht mal bitte alle hier rein. Ich weiß, ich überspringe jetzt gerade ein bisschen was. Ich will nur den Trank nicht verschwendet haben, weil ich vermute, ich werde nochmal einen Trank brauchen. Gut, das ist übrigens schlecht. Alle, außer du, gehen sofort wieder runter. Oh, gut. Habe ich Glück gehabt. Gut. Bitte hier rein. Jetzt könnt ihr mit angreifen. Theoretisch dürfte der nicht die anderen angreifen, oder? Gut. Bitte lass uns Level 5 oder Level 4 zauber sein. Na gut, Level 3. Kann man nochmal benutzen hier irgendwo. Da ist noch einer, ich wusste es. Deswegen wollte ich die Tränke nicht verschwenden. Wenn ich das Schicksal hinbringt. Frage, ist es hier hinten noch einer? Uuuh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Töte den schneller. Und jetzt rennen sofort hier um die Ecke. So gut wie erledigt. Da ist er. Gut. Bloß gut, Brandwind wurde nicht versteinert. Was ist jetzt passiert? Ich habe ein Geräusch gehört. Der Trank vorbei? Oh Gott. Gut. Der Trank war gerade vorbei. Wir haben ganz schön lang gebraucht, um sie zu besiegen. Und das war wahrscheinlich das Problem. Weil du jetzt alleine gegen den kämpfen musstest. So, was ist hier drin? Fallen suchen? Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. Das ist also die Außenetage. Ich wusste, dass es da irgendwo ausging. So, wir gehen dann wieder runter. Nicht verschlossen. Ui, das kann bestimmt mein Dingensicher benutzen. Hatte ich nicht schon mal so ein Teil gefunden, was ich dann verkauft habe? Bin mir unsicher. Versuch du mal zu identifizieren. Hier hast du was für deinen Schrifttrauenbehälter. Und du hast hier wieder ein paar neue Pfeile. Hast du noch nicht genug davon. Kriegst du nicht. Gut. Wieso stand jetzt der Text schon wieder da? Kaschatsklaue plus zwei. Kaschatsklaue plus zwei. Krummsäbel plus zwei. Der Text stimmt nicht. Das ist nicht richtig, was da steht. Nicht du. Du. Moment, mal ganz kurz schauen. ETWO zwölf, drei bis zehn Schaden. ETWO elf, vier bis elf Schaden. Sehr gut. Das heißt, es ist besser, die Waffe. So gesehen. Gut. Den behalten wir uns, falls wir mal wieder was aufdecken müssen. Was erstmal nicht passieren wird. Aber wir haben am wenigstens einmal den Zauber. Äh, wir haben die neue Waffe. Und ansonsten haben wir jetzt alles hier. War jetzt hier noch was drin, was ich nicht aufgeben konnte? Nein. Gut. Hier geht also alle runter. Geht's hier noch einen zusätzlichen Eingang? Nein. Das ist vor der Garten. Ich bin dran, wie die Hässlichkeit am Ork. Es könnte sein, dass die Viecher hier wieder respawned sind. Das haben wir unten gesehen, dass hier ab und zu was respawned. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Du gehst am besten hier hin, die anderen gehen runter. Wobei unten jetzt auch respawned sein könnte, theoretisch, ne? Kommt man hier hin? Nein. Braucht ihr etwas? Hier geht's nirgends rein. Das heißt, das ist der einzige Zugang zum Dach. Gut zu wissen. Haben wir das erledigt? Und bevor wir jetzt in die nächste Etage vorstoßen, was wir vermutlich da hinten machen werden, werde ich die Folge beenden. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Wir haben schon gut was hier entdeckt. Also Gegner, die ich im normalen Durchspielen nur sehr zaghaft angegangen bin, habe ich hier jetzt schon jede Menge entdeckt. Also die komischen Schicksalswachen, die Baselisten, die höheren Baselisten vor allem mehrere. Das zeigt schon, was uns eigentlich in diesem ganzen Gebiet hier, in diesem Turm erwartet. Ist nicht einfach, sag ich gleich. Aber wir werden das schaffen, das weiß ich. Und ihr wisst das sicherlich auch. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.